hallo und herzlich willkommen zum new monday heute ist die letzte folge von orcs must die ich habe jetzt die eisentruhe die werde ich jetzt öffnen und da ist drin... was ist da drin... was ist da drin... ja macht's auf ok sind Bergblumen... und Beschwörungslampe zweimal danach gibt es wieder 400 schilder und so weiter... unser tägliche quest ist heute Töte 3 Helden... ok und hier... ja... Töten wir mal 3 Helden dann würde ich mal sagen... vielleicht sogar was bei Werkstatt... ne einen Helden möchte ich ja nicht herstellen... und da Ausrüstung... da brauche ich eigentlich auch nichts erstmal... ne Falle... da leider auch nicht... ein Wäsch da... auch nicht... Talent... ich möchte so ein gelbes Dreieck Talent... Mensch... auch nicht... verbrauchbar ist... brauche ich auch nicht... Geben wir bei Eroberungen mal schnell rein... rushen hier einmal schnell alles durch... aber anscheinend gibt es hier auch nichts... nepp... so... dann gehen wir jetzt mal aufs Spiel... wir machen... wir müssen 3 Helden töten... also wir überleben schon mal scheiße... da spielen wir mal... gegen 5 Spieler... da warten wir jetzt mal eine Minute... schauen ob die 5 Spieler... die 5 Gegner... und meine 4 befreundeten Spieler... da sind... und wenn nicht... gehen wir gleich... nach einer Minute... auf das gegen die... Pots... zu spielen... ich habe jetzt... ich bin jetzt wieder aus dem Urlaub wieder zurückgekommen... gestern Abend... um... circa 23 Uhr war ich zu Hause... da gab es ein bisschen Probleme mit dem Flugzeug... mit der Bahn... der Rückflug war einfach scheiße... der Koffer von der Flugbegleitung... ist kaputt gegangen... einfach nur kacke... okay... da kommt keiner... gegen die Bots... also das gegen die Bots muss jetzt klappen... es muss... weil ich glaube ein Trainingsspiel zählt leider nicht dazu... sonst würde ich 5... also ich mit 4 Bots gegen 5 andere Bots spielen... ja... das Spiel spielen leider ein bisschen wenig Leute... es macht mir relativ viel Spaß... wie ich das glaube ich schon tausendmal gesagt habe... aber es sind zu wenig Leute... und daher ist das... wieder ein bisschen ätzend... da hat man immer eine längere Wartezeit... weil so wenig Leute spielen... naja... egal... so... da kommt auch keiner... dann gehe ich mal jetzt auf... Spiel... wir probieren uns einfach mal auf den Trainingsspiel... Spiel... Match erstellend... erstellend... ich hoffe es klappt... ich hoffe es klappt... so ich nehme tagezeichen ich werde wahrscheinlich keine ahnung die nehmen oder die wofür sind die verteidigung verteidigung und lindern ich kämpfe auf plündern hier so also nur auf spiel starten links sind nur vier warum da bin ich jetzt mal gespannt ob es auch geht ich bin sind zu bringen Schabeng! Muss ich nicht noch Q drücken? Ach ne! Als ich nur drücken müsse, wenn ich... ...beteiligt hätte. Da kann man schnell entkommen. Mal los, komm komm! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 1, GO! Hier nimmt man nicht. Sie haben unser Tor zerstört. Du wirst gehen. Wir reichen durch die Verteidigung! Tut mir leid. Das ist Perfektion. Das ist Perfektion. Nein. Bleib doch stehen, du Sau, du. Zah! Nein, ich bin jetzt dran. Hilfe! Aber ich würde es vorziehen, dieses hier noch ein wenig auszukosten. Einmal schnell regeln. Und dann geht es weiter. Ach komm. Fremdrechner lang. Ein paar Vasen zerstören und so. Ne? Ja. Ja. Ich bin jetzt das. Die Angeleitung knüter. Nein. Da geht es. Ich bin jetzt extrem viel erreich. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt auch ein Teil. Ich bin jetzt ein paar Ar victory. Ich bin jetzt eben auch ein Zander. Ich bin jetzt ein Zander. Was man da noch mal ver�emalert? ... Yes! Eingekillt um aufladen und weiter geht's ja 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 yes mein dritter kill oh schreck hier bevor ich gekillt werde hm wir müssen rein aber erst muss ich hier weg sie haben unser tor zerstört nein das kann auch nicht das kann auch nicht komm gleich komm gleich ach mengerogen ich glaube ich brauche eine Täter nur für mich die enthält nichts aus die ist gleich tausend und ich glaube ich brauche eine Täter nur für mich und ok und und wie mit fahr gemacht es wird sie auf wir haben beide Schreine für einen Boss eingenommen ach endlich treten ich da vorweg ja Ups da ist da ist einer ich hatte nicht gedacht dass ich noch furchterregender werden könnte wir haben einen Rapport zerstört wir haben den gegnerischen Wächterbesiegel richtig gut ja ja Mensch der kommt genau hier und lang das ist doch schön richtig schnoiß Juhu! Endlich zahlt ich mein Training aus! Ah, ich spring genau rein! Schnell weg! Was mein Ding hier? Nichts! 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 Ich glaub nur wenn man gegen Spieler spielt sind wir aktiv Wir brechen durch in ihre Verteidigung! Sooo! Oh, der muss am Wächter besiegt Schnell auffahren! Yes! Yes! Ich freu mich hier so! Oh, das ist auch wohl so! Obwohl es nur gegen so einen dummen Computer ist! Der will bestimmt auch nicht schießen! Ich verstecke mich hier! Ja! 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 Schreiner, einäin! Schreiner! Ich schmilheid! The Schreiner down Coo! Let's gooo! Wie ist he going? Zeig doch, wie ist he going? Wir brechen durch, wir verbreiten uns! Auf nahen, ok. Oh, hier schnell lang. Schnell den einnehmen. Wir haben beide Schreine für einen Boss eingeladen. Aber du hast zu scharf. Schreine. 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 Nein! Die Schreine können jetzt eingenommen werden. Wir fressen durch ihre Verteidigung. Schreine einnehmen? Die war schnell jetzt, ne? Kommt ne Statue. Es ist mir noch nie aufgefallen, dass da eine Statue hochgeht, wenn ich den Schrein einnehme. Wow! Der ist eingenommen. Jetzt sind wir rüber. Sie haben unser Tor zerstört. Und nehmen den Zweifelschwein ein. Ah! Warum ist der so schnell, der Dicke? Hilfe! Wir brechen durch ihre Verteidigung! Ist aber ganz schnell! Da, da! Komm! Wir haben beide Schreine für einen. Ich will auch mal meinen ein benutzen. Nein! Ja, genau! Wir sind hier. Wir sind hier. Ja! Ja! So, du hast auf mich geschossen, du kleines Luder, du. Warum ist die so schnell? Bleib doch mal stehen. Warte! Ach, der... Boah, ich bin gestorben. Nein! Ich bin gestorben. Na komm, kaufen wir uns frei hier. Kann man sich hier nicht freikaufen? Na gut, man kann es ja nicht freikaufen. Hahaha. Aber wir haben mitgewonnen und brechen sie durch. Nein, noch nicht. Hahaha. Ich dürrste nach Rache. So, ich dürrste nach Rache. Wir brechen durch ihre Verteidigung. Okay. Der hier. Genau der war das. Bleib stehen. Du Opfer, du. Ich flex dich weg. Ja. Wir müssen eigentlich gerade alles machen. Der ist so weit weg. Das heißt hier. Ja! Ja! So, einmal gerache. War das nicht mal eine gute Runde, wa? Und noch einmal gekillt. Gibt doch nicht mal EPs. 17 zu 8. Mann, war das schlecht. Ich habe 15 gekillt. Ich bin einmal gestorben. Zweimal gestorben. Nullmal gestorben. Nullmal gestorben. Nullmal gestorben. Nullmal gestorben. Der hat zwei Kills. Ich und Sir Lanzebot. Und noch 2 Lied. Nullmal gestorben. Na ja. Hab ich wenigstens mal eine Quest fällig gekriegt? Oder zählt das nicht? Äh.. Das wird auch drauf. Ne. Seh nicht. Okay. Okay, liebe Leute, jetzt wisst ihr auch, wenn man Orks Must Die spielt und man hat die Quest, dass man Helden töten muss, geht das nur in einem normalen Spiel. Also sprich, entweder überleben, eins von dem ein, obwohl da gibt es keine Helden, also nur bei Eroberung. So und das war es mal wieder für heute mit den New Monday und der letzten Folge von Orks Must Die in den New Monday. Ich werde wahrscheinlich irgendwann nochmal spielen bei Advances Friday. Aber nächste Woche kommt das nächste Spiel. Ich weiß noch nicht, welches Spiel da werde ich am Wochenende schauen, was gerade bei Steam Guns immer auf der Liste steht. Und das für euch dann zeigen. Ja, so einfach. Also dann, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.